jetzt schrott Platz wir gucken uns dass wir meinen heute können wir was mitnehmen so ich habe eine Freizeit Nr linke Maustaste aber das zieht ganz schön Ausdauer ab sehe ich gerade so da hinten fahren sie noch und alle zu kurz gesprungen macht nichts was ich ja sehr sehr schön finde in diesem Spiel ist dass man den Kampf mit den Zombies ja meiden soll finde ich wirklich sehr sehr angenehm so wir machen mal hier halt wir können hier runter ups oh 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 so stellen wir das was der lebt immer noch ich hoffe das war es jetzt aber das gibt es doch gar nicht bleib liegen alter scheibenkleister ah ok also im Rücken ist es dann auch ein sofortiger Tod ein ein lufterfrischer ein angenehmer Duft der mich an den Wald zu Hause erinnert in Kanada wir spielen hier also ein den Kanada und hüp was ein Bretter zu zerbrechen ach das Fenster ok und hier fängt es auch schon an zu regnen so hier Bibbots und Bibbots und hm komisch komisch so schön langsam ok na tritt ein nein 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 das war knapp so ok man merkt halt dass das Spiel eigentlich so für die Konsole entwickelt worden ist das war ja die einblenden alle noch die Konsolen Befehle sind wir müssen hier denke ich mal einen weiten Sprung machen na toll na gut dann warten wir jetzt erst einmal bis die alle hier auf das Auto klettern was aber hier kommen sie nicht hoch oder oh 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 natürlich hätte sie nicht so toll ja genau steuern nochmal irgendwo drüber Mist 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 Halth Sprung ok 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 was haben wir denn hier der Ausweis eines Fremden sein Name lautete Jaivaay Gacy Jürgen binfried ist mit ihm fliegel hier und so ich muss wenn man jetzt schwarz Bildschirm zwischen sequenz Er ist tot, Mann. Wenn er schon tot tot ist, wo wir ihn brauchen? Die Macht muss sich verletzend sein. Sie sollten wissen, dass wir uns auf den Bezug auf ihn halten. Wer? Die Dinge? Nein, ich meine die Survivors. Besides, was du überhaupt interessiert? Orders oder Orders? Komm, lass uns den nächsten Mal. Gott! Weiß ein ton. Hey, Mann. Was dauert lange? A Bricklayer's house, oder a Carblayer's house? I bet you a hundred bucks you can't solve it. Uh, Carpenters? Ha ha! Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the Gravediggers. All gravestones last forever. Till fucking Doomsday, you asshole. Ha 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 ha! Oh! 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 Okay! Das war jetzt ein bisschen... ... Oh! Oh! Okay! Das war jetzt ein bisschen... Ach ja, komm her. Ja, haut doch mal bitte mit. Haut doch mal. Oh. Wie geht denn das, dass der nach unten haut? Muss ich dafür selber irgendwas machen? Alter, hier sind aber auch noch weitere, viele, viele Zombies. Ähm, bla 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 bla. Im Klotik-Slaschendruck steht das neue Gesetz. Jetzt. Ah, okay, jetzt man muss gedrückt halten, um diesen Axtschwung über den Kopf auszuführen. Der ist sehr, sehr praktisch. Aber hier sind es gerade ein bisschen zu viele. Aber man kann aber auch über die Zombies drüber springen. Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Ähm, ähm... So, na gut. Ähm, da brauchen wir nichts. Hier müssen wir einen weiten und hohen Sprung machen. Und so ein Medi-Pay. Könnte ich langsam mal gebrauchen. Ein Frame-Skip. Hm, 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 hm. Da muss ich entweder zu schlagen oder ich kann durchsprinten. Ich seh mich mal ganz heimlich ab. Und hoff halt mal, das ist einfach das... Ja, natürlich. Ich fall erst mal hin. Ach, das war jetzt so klar. Ach. Wissen, 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 wissen. Okay. Okay, 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 okay. So, dann müssen wir uns hier kurz ducken und... Ach, nett hoch. Rüber. Du. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Da soll... Da soll rüberspringen. Oder loslassen oder keine Ahnung, irgendwas halt. Halt, vorsichtig. Die können uns auch am Fuß wischen. Wir können aber auch da unten lang. Hier oben können wir dann zum Beispiel nicht drüber. Hä, was wollen wir dann hier oben? Ähm. Komisch. So, die sollen jetzt alle mal hierher kommen, da dann suchen wir die jetzt einfach auszutricksen. Können wir das hier irgendwie zumachen? Nein, können wir nicht. Aber wir können hier oben. Und hier hoch. Okay. So, ich müsste hier mal kurz einen Aufnahmestopp machen, aber wir sehen uns gleich wieder. Wenn in Pausenmenü sind. Okay. Gut. Und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu Deadlight. und jetzt müssen wir bestimmt... Nein. Darüber kommen wir nicht. Hier rein. Hm. Wie drüber? Ah, okay. Nein. Was macht der? Also manchmal... Oh, ich weiß auch nicht. Oh, da sind ziemlich viele Zombies. Sehr, sehr viele Zombies. Ähm. Hallo. Ja. Mua. Alter, die Zombie-Frau hier macht dich auch wahnsinnig. So. Bitte schließe dich der Gruppe an. Dankeschön. Okay, und dann hier auch. Okay. Yes. So. Aber was hat es uns jetzt gebracht? Wir haben hier die... Ah, okay. Die... Ne, warte mal. Äh, eh, eh, eh. War das nicht eh? Ich glaube, das eh. Ja, doch, es war eh. Gut. Neh, neh, neh. Ein gewisser mit den Knöpfen macht nichts. Wir ziehen hier trotzdem weiter. Hä? Das ist jetzt ein bisschen unlogisch hier, oder? Ich meine, da hinten ist der Zug. Aber und wie kommt das Auto hier hin? ähm, ähm... Ähm... Okay. Da können wir uns auch nichts rausholen. Aber lassen wir mal dieses für mich persönlich jetzt unlogische Bild einfach mal so stehen. Das war klar. Und springen wir rüber. Ja. Nein. Ähm... Was? Ähm... Hier rüber und... Wieso konnte ich... Nein! Also das scheint ein bisschen verpackt zu sein hier dieses... Ähm... Hin und her... Da unten ist ein Medipack, oder? Das ist ein Medipack. Ich sehe doch, dass es ein Medipack ist. Ähm... um 19, 30 Uhr in ein Rung. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal.